So, und damit geht es weiter mit einer neuen Runde auf Mastralia. Wir werden heute auf alle Fälle nochmal Shroom farmen. Ich bin schon direkt vom Dungeon. Mir wurden nochmal einige Tipps gegeben, die... Ja gut, ich meine... Es hat sich also ein bisschen verschoben gewissermaßen. Das heißt, die meisten Tipps waren zum Zeitpunkt eigentlich dann schon... gewissermaßen outdated, kann man sagen. Warten wir hier viele Buffs. Jetzt. Und deshalb war das ein bisschen unlucky. Aber es macht nichts. Einige Sachen sind trotzdem noch recht interessant. Und ja, viele sagen Lifestyle war halt einfach nicht ausreichend. Und deswegen lief es halt einfach nicht. Und genau das Problem haben wir jetzt hoffentlich nicht mehr. Jetzt haben wir 6% Lifestyle. Und ja, genau. Also Schaden ist halt wirklich ein Ding, weil wir müssen halt einfach schauen, dass wir halt so schnell wie möglich halt diese Fiegerdown kriegen. Und alles, was einfach lang dauert, ist dann wieder ineffizient und Effizienz und so. Ist wichtig. LHM. Okay. Wofür steht LHM? Let's Hand... Achso. Okay. Gut. Das war... War einfacher als gedacht. Oh Mann. F-Tool. Wo ist mein F-Tool? So, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir die AOEen? Sollen wir nicht AOEen? Ich meine... Wir haben immer noch nicht genug Attack Speed. What? Äh. Äh, 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 äh. Jetzt. Okay. Hm. Aber... Ja. Wie viel AOEen der Match machen wir denn? 25? Hm. Ja gut, okay. Das geht eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht... Hier spawnt halt irgendwie gar nicht mal so viel. Lohnt sich das hier zu AOEen? Ich habe keinen Plan. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, okay. Hier sind schon ein paar. Ja, könnte sich vielleicht lohnen. Ah, die Posi-Bucks sind ein bisschen nervig teilweise. Hm. Na, ich weiß nicht so echt. Wir haben auch wieder Ranger-Text. Das heißt, wir kriegen diese Viecher wieder nicht down und so. Oder? Ja. Ja. So wirklich effizient ist es irgendwie auch nicht. Hm. Wisst du was? Das macht keinen Sinn. Wir verschwenden hier mehr Zeit, als wenn wir die 101 killen. Nee, das bringt es absolut nicht. Ich meine, die P ist an sich eine tolle AOE-Klasse. Aber... Das ist halt wirklich sehr, sehr begrenzt alles. Ich weiß nicht warum. Aber... Ich meine, Flyfire haben es angefangen so, dass man halt... Oder dass die generell Mobs eingefügt haben, die... Ja, wo ist es am Anfang? Die waren halt... Also, damals gab es ja halt so Small, Normale und die Captains. Und die Mitteldinger, die hatten ja immer AOE-Spells. Dann, als Darko 3 angeführt wurde, war es so, dass die halt... Also, man konnte halt im Office damals nicht einfach mal so 3, 4, 5, 10 Level skippen oder so. Ähm, teilweise musste man dann schon auch einfach die gewissen Monster eben killen und vielleicht war ein Captain noch zu stark und man musste halt einfach zu den anderen gehen und so. Also, ganz früh war das irgendwie eher noch so. Zumindest war es halt jetzt nicht krass reingepatert. Und dann kam halt aber irgendwie sowas wie, naja, Tower gewissermaßen auch schon. Da gab es dann, glaube ich, gar keine Fernkampf-Mops mehr. Oder? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ähm, dann kam halt noch so die Koralleninsel, äh, Rathesia, Astria, Dark-Rathesia und so. Da gab es dann auch keine, ähm, solchen Mobs mehr mit Fernangriffen. Und deswegen, also in meinen Augen, wurden nur aus diesem Grund eigentlich Buildposter oder auch E-Bildposter so beliebt und auch so stark und so, weil... Also nicht stark, sondern, ja, stark, viable, useful, wie auch immer. Ähm, weil einfach aus dem Grund, weil es halt... Einfach Sinn gemacht hat. Ein Nahkampf-AOE hat halt einfach funktioniert. Aber nach der alten Logik, beziehungsweise nach dem alten, ähm, ja, wie soll man sagen? Nach dem alten FLYF gewissermaßen, ähm, war halt, oder wäre halt Buildposter oder AOE-Bildposter halt gar nicht mal gut gewesen irgendwie. Also es wäre halt maximal durchschnittlich gewesen, wenn überhaupt. Und halt eben nur, weil es halt sowas gab wie Astria und so, diese Premium-Welten. Eigentlich nur dadurch war halt eigentlich Buildposter wirklich dann sinnvoll. Also, also AOE-Bildposter meine ich jetzt. Sonst, also hätte es diese Welt nie gegeben und wir hätten nur im, keine Ahnung, Knochenpfad oder so gelevelt. Ich weiß nicht. Ich glaube, Knochenpfad hat doch auch AOE-Mobs, oder? Äh, AOE-Mobs. AOE-Mobs, lol, das wär's. Ähm, ne, ähm, Range-Mobs. Wobei, ich weiß gar nicht, konnte man damals, konnte man, oder kann man auf dem Offi, im Knochenpfad, AOE-N? Also ich weiß, dass die Spieler da irgendwie 20k Damage kassiert haben. Ähm, also wirklich in ihrer, in ihrer Menge an Schaden. Ich hab keine Ahnung, ob das noch immer so ist, oder ob das einfach nur wegen schlechtem Equipment war, oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube AOE war da eh nicht so angenehm irgendwie. Und von dem her, ja. Also ich bin mal sehr gespannt, wie viel lassen wir halt droppen, wie lange es wird verbrauchen und so weiter. Wir haben jetzt gut sechs Minuten runter, das geht eigentlich sogar für ein paar Mobs. Ja, das Ding ist halt, ich will diesen Dungeon halt nicht fünfmal am Tag fahren, weil darauf hab ich halt überhaupt keinen Bock. Weil ich mein, keine Ahnung, ich hab halt auch Besseres zu tun. Mh. Ja, also, es ist halt schon sehr, sehr grindlastig. Das Ding ist, schade ist einfach so, ich könnte zehn Gigs killen. Naja, sagen wir mal, ich könnte zwölf Gigs killen. Und könnte mir einen Schmuckteil dafür kaufen. Wie lange brauche ich für zwölf Gigs? Schwer zu sagen. Aber ich würde mal sagen, kürzer als hierfür wahrscheinlich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Also, es ist einfach mal so eine Vermutung. Ich stelle es einfach mal so in den Raum. Ähm. Gigs killen würde wahrscheinlich einfacher oder schneller gehen zumindest. So, ich müsste einfach wieder rüber. Komm ich da, komm ich da hin? Ja. Nein. Verdammt. Elektrisieren das Wasser. Ich kann nicht ersaufen und wird irgendwie auch nicht, äh, gekillt. Hier komm ich auch nicht rüber, oder? Ach Gott. Unsichtbare Wände, man. Das ist, das ist eigentlich auch so ein Relikt aus der Vergangenheit, wenn man drüber nachdenkt. Muss ich mal überlegen, so. Das ist ein Spielentwickler und denkt sich so, ah, verdammt, da sollen die Spieler nicht hin. Wir könnten jetzt irgendwie da eine Mauer hinbauen. Hier ist ein cooles Spawn. Wir könnten eine Mauer hinbauen. Aber das ist halt auch wieder Arbeit und so. Also ich meine, das ist nicht auf den Server bezogen, sondern generell auf diese, auf die Art und Weise, ähm, wie immer Spieler damals entwickelt wurden. Äh, dann kam ich auf die Idee und dachte sich so, boah, lass einfach mal Mauern hinbauen, die wir aber nicht designen müssen, die einfach, die einfach kein, kein Design haben. Die man einfach überall nutzen kann, die wirklich so pauschal überall reinpassen, lass denen einfach gar keine Textur geben. Und dann gab es wahrscheinlich auch noch andere Spieleentwickler, die sich so dachten, so, boah, ey, diese, schau mal an hier, die, 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 die Entwickler von Flyfe oder von, was auch immer, wer zuerst damit ankam, haben, sie sind voll innovativ, die haben hier Wände ohne Texturen, da können die Spiele nicht durch und so, das ist voll krass und alles. Lass das mal kopieren. Es ist schon, es ist verrückt. Nein. Es ruht mich doch nicht, Mann. Das ist eine HP ist jemand leider nicht. Jetzt kommt noch Jermann. Ah, okay. Genau, also ich könnte auf alle Fälle noch mit Element arbeiten. Ähm, und halt ein ordentlicher Set halt, plus 14 bis plus 18, glaube ich, oder plus 16 bis plus 18. Das ist auf alle Fälle noch eine Sache, die ich machen könnte. Ah ja, ich wollte noch, scheiße, ich wollte noch fragen, wie man hier generell die Elementkarten kriegt, weil ich habe die bisher einmal bekommen und das fühlt sich jetzt gerade nicht so sinnvoll an. Die dann, ähm, naja, als ich mal mit 10 Elementkarten kommt, man ist halt eh nicht weit, von dem her. Ähm, wo haben wir unsere, hier haben wir welche. Okay. Boah, das lange müsste die down gehen. Holy shit. Dabei ist unser Schaden ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also uns fehlt, oh gut, Crit-Rate 61% mit den Power-Ups aktuell. Warte mal, warum haben wir 61%? Ach, wegen dem Knackl? Ah! Und wegen dem Set? Ah! Haha. Okay, na gut. Ja, müsste man noch ein bisschen mehr erwecken. Wenn man noch nicht mal den Knackl neu erweckt, oh Gott. Ja, wieder verschenkter Schaden. Das ist mies. Hm. Blöd, blöd, blöd. Na gut, 73% haben wir schon. Äh, haben wir noch. Über. Ja, es geht, es geht voran, aber es ist halt so. Scroll of Acquisition Item-Piece-Drop-Rate. Was machen die mit Item-Piece? Wenn ich das nicht wüsste. Item-Piece, also ich denke mal Top-Rate einfach. Hm, ich denke schon, oder? Ich schätze mal, es geht in die Richtung, auf alle Fälle. Das ist dann 59%. Boah, es dauert echt lang. Es dauert wirklich lang. Ach man, ich weiß gar nicht, wie wir es am besten machen sollten. Sollte ich das Zeug im Video farmen? Sollte ich das Offscreen farmen? Aber ich habe halt auch gar nicht die Zeit, einfach so lange oder so viel Offscreen zu spielen. Ich meine, ich kann das schon machen, wenn ich jetzt irgendwas produktiv nicht mehr mache, aber das Effektive ist das halt auch wieder irgendwie nicht so das absolut Beste, glaube ich. Weil dann kommt man halt wieder aus dem Ding raus und sowas, das ist auch nicht so geil. Na, ich weiß es nicht. Also ich glaube halt, wenn wir hier wirklich Folge für Folge hier farmen, dann kippen wir hier einfach alle weg. Dann glaube ich, überlebt es hier keiner. Das heißt, ja, eigentlich kann ich halt gar nicht mal so lange hier farmen. Ah, das ist halt blöd. Das ist die große Problematik mit Let's Plays immer, wisst ihr? Das Ding ist so, jeder sieht halt so dieses eine Video, ja. Und denkt sich halt so, ja, okay, hier haben wir 15 Minuten online, dann gehen wir wieder offline. Oder 20, 25 Minuten, wie auch immer. Das Problem ist einfach, Oh, kommt der andere da her. Das Problem ist einfach, in dieser Zeit kommen noch so viele andere Sachen dazu. Also wirklich richtig viele andere Sachen dazu. Dann muss ich halt das farmen, muss ich das farmen und so weiter. Gut, in meiner Sorge geht es auch so, aber effektiv der Aufwand und alles ja, schwierig. Also, echt schwierig. Ich meine, normalerweise, wenn ich ja Zeit habe, einfach privat zu zocken, ist es ja vollkommen okay. Das Problem ist allerdings, weil ich ja keine Zeit habe, ja, ist echt blöd. So, 6% noch. 2% noch. Damage, die kritzen halt wirklich gut eigentlich. Ja, 140, glaube ich, haben sie gerade schon gesehen. Oh, oh. 2% noch. Ja, okay, gut. Nach der Logik, äh, wie ist es dann? Warte mal, dann kann die Droprate aber nicht stimmen, oder? Nee, Droprate. Also, ich habe schon, ich habe ja schon den Verdacht gehabt, dass die Droprate dann nicht stimmt. Äh. Ach, ich brauche die Mystical-Gratus-Teile, dann stimmt. Warte, wo traube ich die? Traube ich die beim Endboss? Oder traube ich die hier? Das ist zu verwirrend. Gratus hier im Linger. 35, wow, okay, die Effekte sind krass. Ja, okay, die Effekte sind echt krass. Also, das hätte wir natürlich hätten, dann wäre es, dann wäre es was ganz anderes hier. Ja, das bräuchte man halt eigentlich. Dann auf pur SCA und dann halt einfach, äh, Meteor Farmen. Kacke, ey. Was machen wir denn jetzt? Ach, den mit Boss schaffen wir halt nicht, glaube ich. Der ist halt... Wobei, naja, wobei, wir hätten jetzt... Wir probieren den Boss gleich mal. Ähm. An was ist letztens mal gescheitert? Ich weiß es gerade schon nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Das ist kein Witz. Ähm. Fuck, ey. Zu mir auch schon ein paar Tage mehr her. Ja, blöd. Ja, blöd. Blöd gelaufen. Okay, ich pausse hier mal kurz das Video, damit es nicht so lang geht. So, okay, letzten 13%. Bin ich mal gespannt. Also, wenn die Droprate hier weiterhin so ist, äh, ist es ja gut. Ich dachte mir halt nur, was stand ich wieder an 0,8% oder so? Ähm. Da dachte ich mir halt, oh Gott. Aber gut, ich meine, wenn man halt, also, ja, ich weiß nicht. Die Dropraten sind ja immer ganz, ganz komisch. Ähm. Ist natürlich jetzt schon so ein bisschen besser. Fünf, Fünfteile werden natürlich auch, naja, Fünfteile sind nicht gut eigentlich, nee. Hm. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. Komm, stirben bitte schnell. Na, nichts getroppt. Genau. Wir können, äh, wir erwecken gleich mal noch schnell den Nacken neu. Vielleicht kriegen wir ein bisschen, vielleicht kriegen wir wenigstens 9% Gritschaden oder so. Ich meine, jedes, jedes Prozent mehr bringt halt wirklich schon einiges für uns. So, aber wir könnten übrigens auch PVE-Damage rausmachen. Ah, ich überlege gerade, das ist eine gute Idee, PVE-Damage rausmachen. Äh, für, na, sag schon, ähm, mehr Sackblatt. Das ist halt risky, glaube ich, aber, hm, ich weiß nicht. Na komm, gib mir irgendwas Gutes. Nee, nicht irgendwas Gutes, gib mir irgendwas mit Damage. Irgendwas mit Schaden richtig erhöht. Es gibt so viele Trash-Awakes hier leider. 8% und 50 Attacken. Ja, das ist ein bisschen besser zumindest. Okay. Äh, dann geht's da hin. Ähm, genau, das lagern wir erstmal da. Gut, jetzt müssen wir uns überlegen, jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Wir brauchen mehr HP. Ich weiß nicht genau, wie viel. Was hab ich letztens angehabt? Nee, warte mal, hab ich? Nee, doch, nee. Hm. Äh, was war denn das? Das hatte ich, glaube ich, an. Wait, was? Jetzt geht's. 33,7k HP und ja, ein Aal noch an. 33k HP. Kann man noch irgendwas aktiv, ich bräuchte noch irgendein HP-Pad oder so. Ein STA-Pad wäre super. Ups, da muss man, hoppla. Okay. Ey, diese Dungeons sind so riesig. Es ist wie auf Dragon Crusade, aber, es ist irgendwie so, ich weiß nicht. Für diese Dungeon könnte halt wirklich nur so eine Ecke groß sein, effektiv. Hier, hier unten so, die Ecke würde einfach reichen, effektiv. Die ganzen, die ganzen anderen, die ganzen anderen 4 Fünftel oder so, könnten halt eigentlich weg, effektiv. Ich meine, ich verste, also, ich weiß nicht, ich denke mal, das hat wahrscheinlich wieder mehrere Gründe. Erstens mal, die Mapper, die das machen, die wollen halt ihre Map für 80 Euro verkaufen. Das ist der Preis, den man für so eine Map meistens zahlt. Klar, manchmal billiger, manchmal teurer, aber 80 Euro würde ich mal sagen, ist der, ist der Kurs ungefähr von so einer Map. Wenn man jetzt halt nur so ein Fünftel der Map verkauft, dann kann man halt nicht sagen, ja, für 80 Euro bitte. Das haut halt nicht hin. Oh, shit. Oh, shit. Das ist nichts, was wir überleben werden. Höchstwahrscheinlich. Oh, das Ding ist tanky as fuck. Attack Speed. Attack Speed ist am Arsch, super. Ich weiß, jetzt sollten wir gerade irgendwas anders anziehen, aber manchmal hat wieder weniger Schaden. Wo ist man das? Oh, come on. Wie ich dieses Spiel hasse, man. Ich habe gerade das Timing gesehen, genau in dem Moment kommt dieser Scheiß dort daher. Wie ich es hasse, man. So, jetzt probieren wir trotzdem mal noch, nee, wobei Meteor, war Meteor, hm. Eurobeeren Meteor trotzdem mal. So, wo sind die Scheiß Gauns? Alter, ich hasse das Fly-Fly-Inventar-System, das ist so ein Rotz. Ja, ich könnte alles scrapen und so weiter, oder verkaufen, keine Ahnung. Da ist es. 61 kphp. Okay, so, mal kurz rebuffen. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, ideal, super. Okay, so, weiter geht's. Dann, ab nach Volcano. Ja, wir haben noch kein Element drauf, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich halt Elementkarten verschwenden darf, oder ob die einfach wirklich so teuer sind, dass man die halt nicht verschwenden sollte. Keine Ahnung. Diese Kack-Mobs, diese kleinen, dass die so viel Schaden hier machen. Verstehe ich gar nicht. Ja, man sollte eben dann auch sehr, sehr, sehr viel einfacher ab Masterfarmen, weil es einfach viel einfacher ist. Kann ich halt schon auch nachvollziehen, irgendwie. So. Ah, das Ding ist halt gottlos tanky. Ich meine, ich bin halt wirklich, also wenn ich es AFK machen kann, ist es mir egal. Aber, Alter, 1% in wie langer Zeit? Keine Ahnung, habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Bei 38 Sekunden, aber irgendwie bei 1%, äh, bei 99. Warum kritisch denn? Ach, wegen ein Haar, wenn ich es interessiert und habe, klar. Ah, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ich müsste halt, jetzt respawnen halt wieder, diese scheiß Viecher, Mann. Oh Gott. Was ist angeblich mit Holies weg linksen können? Ne, war der andere Skill, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Keine Ahnung. Hm. Ne, so macht keine Sonne. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Aber es macht einfach keinen Sinn zu farmen. Vor allem die Dinge kosten halt einfach ein, äh, ein, ein Peri nur so pro Teil. Das ist aber dann auch wieder so das Problem, also ich meine, es ist, es ist halt ein, ein Fly-Problem. Ähm, und das kann man halt irgendwie gefühlt aber auch gar nicht fixen. Ähm, ja, die, also es lohnt sich halt in Fly- eigentlich nie irgendwas zu farmen. Das ist trauriger. Ich meine, du brauchst einfach nur Peri, dann, du kannst alles leisten. Es ist halt eigentlich echt dumm, halt irgendwas selbst zu farmen, weil, warum halt? Naja, den Respawn, okay. Hm. Nee. Ja, das ist sehr deprimierend. Ähm. Boah. Wir bräuchten halt das 105er-Set, dafür müssen wir halt wieder dann, ähm, Bosse, also hier, Gigs farmen ohne Ende. Das dauert einfach auch wieder ewig. Ich hab die Zeit nicht, das ist das Problem. Ich hab, ich hab einfach die Zeit nicht. Das selber ist mega spaßig und alles, aber ich weiß nicht, wie ich's farmen soll. Ich krieg, ich krieg das Zeug nicht her. Ich kann mir hier und da vielleicht in der Stunde reinschauen, aber das war's dann auch wieder. Hat jeden Tag irgendwie hier die, 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 die X-Stunden farmen, das ist einfach nicht drin bei mir. Kommt das echte Moment, wo ich einfach nicht mehr genug Zeit auf Live? Das ist echt kritisch, man. Das ist echt, das ist echt sehr kritisch. Leu. Hä? Hab ich hier? What? Kann ich mich selbst buffen? Mit dem Knacken? Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. Leu. Na gut, dann werde ich noch aufs Cree mal schnell ein paar Gigs farben. Ich denk mal, das würde euch jetzt wahrscheinlich innen langweilen. Ja, das ist der Plan. Sehr unspektakulär. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das hier mit dem Knackler schaffen kann. Aber ja, ich mein, ja, es ist halt ein 75er Set. Das ist halt ein 75er Set. Was hat das als Effekt? Beziehungsweise, warte mal, haben wir... Ach nee, oh scheiße. Wir kriegen maximal einen 90er Set-Effekt zusammen. Uff, okay. Na gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.